Wir verhandeln in der Strafsache gegen Leon Markowitz, ihren Ehemann, wegen verschiedener Sexualstraftaten im Rahmen häuslicher Gewalt. Dabei geht es um Vergewaltigung, Suchtvergewaltigung, schwerer Körperverletzung und Freiherzbarung. Wir hatten Stress, die Schlampe haut ab und jetzt will sie mich anzeigen, wie wir Vergewalteten. Wenn es zu strafrechtlichen Ermittlungen kommt, dann war es das für mich. Annabelle, schön, dass du da bist. Nur schade, dass da anders ein Beruf liegt hier. Wäre er ein Privater, dann wäre ich nicht gekommen. Es gibt keine Zeug, keine Beweise. Ich werde jetzt die Polizei anrufen, die werden sie begleiten und wir werden ihre Sachen aus der Wohnung holen. Wir haben ein kleines Problem. Er ist ein Kollege. Da ist Blut dran. Wenn wir ihn genuzieren, sind wir bei den Kollegen hier unten durch. Verstehst du das? Wir wissen von nichts. Ich habe kein gutes Gefühl bei deiner Kleinen. Er ist stärker als ich. Er ist nicht stärker als sie. Er ist nicht stärker als sie. Er wird nur ein Haare, weil wir die Polizei haben. Er ist leicht. Er ist nicht mehr als sie. Vielen Dank.